Ja, hallo, herzlich willkommen. Vielleicht ganz kurze Frage am Anfang. Wer kennt sich denn schon mit Ethereum aus? Wir hatten da schon mal was gelesen, schon mal was gemacht. Drei Stück. Schon mal ein Ethereum-Client installiert. Hat schon mal jemand? Ja, okay, so ein bisschen. Ein paar noch nicht, noch gar nicht. Gut. Gut, ja, also ich bin heute hier zusammen mit dem Oliver. Also mein Name ist Christian Bader. Der Oliver hat seinen Master in Physik, ist Entwickler und Consultant und macht noch zusätzlich bei uns das Recruiting und ist schon jahrelang im Blockchain-Space unterwegs. Ja, genau. Er hat schon ganz, er hat gerade erzählt, ganz dicke Steuererklärungen abgegeben. Ja, also er kennt sich wirklich aus seit dem Studium. Und ja, ich bin Christian, habe Wirtschaftspädagogik studiert. Ja, Jobtitel finde ich immer schwierig. Also ich habe, bevor ich zu BrainBot gekommen bin, habe ich drei Jahre Agile Coach und Scrum Master gemacht. Und alles, was ich da gelernt habe, nehme ich jetzt mit rein in die Firma. Und ich bin seit April im Blockchain-Space unterwegs. Das heißt, ich habe den Oliver dabei. Immer dann, wenn ich nicht weiter weiß, wenn eure Fragen zu kompliziert sind, dann hilft der Oliver mir und kann wirklich einsteigen. Bis ganz tief unten. Ja, also wir sind von der Firma BrainBot. Also der Heiko Hees, unser Chef, der hat mit am Core mitentwickelt, ab seit 2014. Hat dann mit Hydra Chain einen der ersten Private Chains entwickelt, auf der Basis von Ethereum. Wir entwickeln Raiden, kommen wir später noch dazu. und Trustlines, das sind so unsere Kernprodukte. Wir haben jetzt mittlerweile 35 Mitarbeiter aus der ganzen Welt. Da sind Brasilianer mit dabei, Rumäninnen aus Dänemark. Und wir haben Büros in Mainz, Berlin und in Lichtenstein. Und die Firma, die gibt es schon sehr lange. Also wurde gegründet in 2000. Hat auch mal sich früher sehr viel mit dem Thema Text-Mining-Suche beschäftigt. Hatte schon mal einen Suchindex auch mit einer Milliarden gecrawlten Dokumenten. Und ist dann irgendwann, wie gesagt, ab 2014 in den Bereich Blockchain rübergewandert. Ja, was ist eine Blockchain? Also Slides sind immer auf Englisch. Ich sage dann so, was es auf Deutsch heißt. Wenn ihr nochmal zum englischen Begriff eine Frage habt, dann fragt es. Also man sagt, es ist so ein verteiltes, dezentralisiertes Register. Also was heißt, dass es zum einen unveränderbar ist. Also wenn da einmal etwas gespeichert ist, dann ist es so abgesichert, dass es nicht verändert werden kann. Es ist transparent. Also das heißt, jeder kann jede Transaktion nachvollziehen. Es ist demokratisch in dem Sinne, dass es immer einen Konsens gibt. Das heißt, die Mehrheit bestätigt die Transaktion. Es ist pseudonym. Also das heißt, da steht jetzt nicht mein Klarname drin, aber meine Public Adresse. Und es gibt dann auch immer Möglichkeiten, wenn ich irgendwann einmal zu meiner Börse meinen Namen angegeben habe für meine publizierte Adresse, für meine öffentliche Adresse, dann kann natürlich diese Börse nachvollziehen, welche Transaktionen ich auf der Blockchain gemacht habe. Es ist nicht stoppbar. Also wenn dort einmal eine Transaktion angeschoben ist, dann kann ich nicht sagen, ich will nicht mehr. Geht immer weiter. Und ist eben auch sehr sicher. Ja, also hier sieht man so Blocks. Was ist denn jetzt mit den Blocks und der Blockchain? Also wir haben auch eine Blockchain bei uns in der Firma hängen. Also die ist tatsächlich auch aus einem Stamm geschnitzt. Also das ist hier nicht irgendwie zusammengeklebt oder so. Ja, und im Prinzip genauso funktioniert das bei der echten Blockchain auch. Also ich habe hier Block 1, 2, 3. Hier habe ich die Transaktionen. Die sind immer gehashed. Da gibt es einen Hash. Und ich habe hier oben, habe ich das Proof of Work. Da wird im Prinzip, der Miner muss diesen Proof of Work eben erreichen und muss dafür eine ziemlich schwierige Rechenaufgabe lösen. Und die Kette, also genauso wie das hier mit dem Baumstamm passiert ist, wird eben die Kette immer damit verkettet, dass hier der Block 52, dieser Proof of Work, mit hier drin ist. Und dadurch sind die quasi eng verknüpft und können nicht mehr auseinandergenommen werden. Und die Blocks repräsentieren eben den verteilten Zustand der Blockchain. Blocks enthalten alle Transaktionen in einem bestimmten Zeitraum. Und eben, was ich gesagt habe, alle Blocks sind über den Proof of Work-Hash des vorherigen Blocks miteinander verknüpft. Der Oli erklärt das später nochmal genauer und im Detail. Ja, das habe ich nochmal mit reingenommen. Das ist eben ein P2P-Netzwerk. Also das heißt, ich habe jetzt da keinen zentralen Server, sondern eben jeder, der so einen Ethereum-Client oder einen Ethereum-Rechner laufen, lässt, der verknüpft sich eben mit allen anderen Nodes oder mit denen, die in der Nähe sind. Und dadurch bildet sich eben ein großes Netzwerk aus Rechnern, bei denen es keine zentrale Instanz gibt. Das genau funktioniert. Jetzt kommt der Oli dran. Das erklärt er. Soll ich drücken oder zudrücken? Ich drücke selber. Okay. Tatsache. Schon besser, oder? Ja. Sehr gut. Okay. Mein Ohr ist ein wenig klein, deswegen rutscht das Mikrofon. Also wenn ihr euch nämlich nicht mehr hört, sagt Bescheid. Wie funktioniert das Ganze? Ich würde das aus zwei Sichten machen. Einmal im Prinzip, was passiert, wenn ich als Nutzer eine Transaktion in dieses Netzwerk schicken möchte und wie entstehen diese Blocks, beziehungsweise wie kommt es dazu, dass Blocks überhaupt entstehen. Fangen wir mit der User-Transaktion an. Ich möchte was machen. Ich möchte teilnehmen. Ich habe einen Ethereum-Client und ich möchte jemand anderem Geld schicken. Wie mache ich das? Ich bereite eine Transaktion vor. Wie genau das funktioniert, spenden wir jetzt einfach mal aus. Es funktioniert. In der Transaktion steht drin, ich möchte Geld an eine andere Person schicken und dann veröffentliche ich diese Transaktion. Das funktioniert. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie Peer-to-Peer-Netzwerke funktionieren? Kurz und dreckig im Prinzip. Ich brille es raus und jeder, der es hört, brille es weiter. Im Prinzip jeder in diesem Netzwerk wiederholt es und wiederholt es und wiederholt es bis zu einem gewissen Punkt, wo wir uns relativ sicher sein können, dass jeder mal von dieser Transaktion gehört hat. Jeder Teilnehmer, jeder Node in diesem Netzwerk, der von einer Transaktion mitbekommt, überprüft sie auf ihre Gültigkeit. Das stimmt so nicht ganz, aber der Einfachheit halber, nehmen wir das mal an, dass jeder Node die Gültigkeit der Transaktion überprüft. Das heißt, was er macht, ich sage, ich möchte fünf Einheiten an Christian schicken. Das heißt, jeder guckt, habe ich diese fünf Einheiten und ist die Adresse, die ich als Zieladresse angegeben habe, gültig? Funktioniert das? Genau, anzumerken dabei ist noch, der Vorteil von Ethereum gegenüber Bitcoin zum Beispiel ist, dass nicht nur Geldtransaktionen, also es kann nicht nur Bitcoins oder Ethereum hin und her geschoben werden, sondern diese Transaktionen können auch Code sein. Das heißt, diese Transaktionen können auch Berechnungen triggern. Okay, was passiert mit meinen Transaktionen? Jeder hat diese Transaktionen gehört und irgendwann entsteht ein neuer Block. Wie? Da kommen wir später nochmal drauf. Aber jetzt ist ein neuer Block entstanden. Und dieser Block beinhaltet eine Liste von Transaktionen, die in diesem Block aufgenommen werden sollen. Und dieser Block wird an die Blockchain angehängt, wie wir eben schon gesehen haben. 1, 2, 3, 4, 5, immer fortlaufend werden neue Blöcke an die längste Chain angehängt. Und was dann passiert ist, wenn meine Transaktion in einem Block aufgenommen ist, kriege ich eine Benachrichtigung. Das nennen wir Bestätigung. Das heißt, diese Transaktion steht in dem Block drin und in dem Moment können wir davon ausgehen oder in dem Moment ist es geschehen, dass meine Transaktion in die Blockchain mit aufgenommen wurde. Gibt es dazu Fragen? War das zu technisch? War das vom Level her in Ordnung? Ich gehe mal davon aus, dass es in Ordnung war. Schauen wir uns das Mining an. Wie funktioniert das Mining? Zunächst geht es um die Frage, wer darf einen Block minen? Also wer schreibt im Prinzip den nächsten Block an die Blockchain? Und das wird dadurch bestimmt, dass, wie wir schon gesagt haben, im Prinzip ist es eine Rechenaufgabe. Eigentlich ist es eher eine Rätsel- oder Rateaufgabe. Man muss... Okay, wir vereinfachen das. Es ist eine Aufgabe, die sehr kompliziert ist und die im Prinzip erraten werden muss. Technische Details können wir gerne später besprechen. Das wird etwas zu lang. Bitte? Es hört sich fast nach einer Differenzialgleichung an. Nein, das Problem an der Sache ist, dass es eben nicht numerisch lösbar ist, sondern es muss tatsächlich erraten werden. Wer kennt sich denn mit Helpers aus? Auch zwei. Wenig. Wir klammern das aus und verschieben das auf später. Das heißt, nehmen wir an, ich bin in meiner und ich habe die Lösung zu dieser schwierigen Aufgabe gefunden. Und das bedeutet, was ich machen kann, ist, ich kann einen neuen Block erstellen. In diesem Block muss ich meine Lösung veröffentlichen und ich kann in diesem Block Transaktionen anhängen. Im Prinzip bin ich in dem Fall der Alleinherrscher. Also ich kann bestimmen, welche Transaktion kommt rein, welche Transaktion kommt nicht rein. Und theoretisch kann ich auch leere Blöcke meinen. Also ohne Transaktionen drin. Das ist zum Beispiel der Hintergrund, warum wir Transaktionsgebühren haben. Transaktionsgebühren sind eine Inzentivierung für den Miner, meine Transaktionen mit in diesen Block aufzunehmen, weil der Miner die Transaktionsgebühren bekommt. Wie schon angesprochen, im Peer-to-Peer-Netzwerk, dieser Block wird veröffentlicht. Jeder schaut, okay, ist das eine gültige Lösung, die der Miner bereitstellt. Jeder sollte im Idealfall zum Schluss kommen, es ist eine gültige Lösung. Das bedeutet, wir haben einen Konsensus und der neue Block ist erstellt. Falls ich jetzt der Meinung bin, dass dieser Block nicht gültig ist, haben wir ein Problem und wir enden in einem Fork. Was dann genau passiert, klammern wir auch wieder aus. Wir reden jetzt nur über den Happy Case. Der Unhappy Case, den nehmen wir uns später für später auf. Genau, der neue Block wird an die Blockchain angehängt und somit haben wir einen neuen Block. Christian? Ja, wie sieht das jetzt aus? Das können wir noch zusammen machen. Okay, gerne. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das da rüberschieben. Das mache ich. Das müsste jetzt da ankommen, ja. Genau. Wir lassen es mal einfach so. Genau, also das ist jetzt EtherScan. EtherScan ist ein Tool, was die Blöcke auswertet, die es im Ethereum-Netzwerk gibt. Und alles das, was da irgendwie kryptisch in so einem Block eben drinsteht, ja eben lesbar macht für einen Menschen. Also hier hat der einen Timestamp. Hier oben, wann ist der im Prinzip erstellt worden? Hier sieht man, also könnt ihr das lesen, oder soll ich es ein bisschen größer haben? Könnt ihr lesen? Hier sieht man, okay, da sind 181 Transaktionen drin. Hier sieht man eben den Hash dieses Blockes. Also das ist im Prinzip, ein Hash ist ja eine Funktion, da steckt man ganz viele Daten, kann man zum Beispiel ein Word-Dokument reinstecken, ja. Und dann kommt ein Hash raus und mit dem Hash kann man dieses Word-Dokument immer wieder genau identifizieren. Also wenn jetzt irgendjemand ein Buchstaben in einem Word-Dokument ändert, dann ändert sich auch der Hash. Und dadurch ist der eben immer, ist so ein Hash dafür da, eben Daten genau identifizieren zu können. Hier sieht man auch den Parent-Hash, das ist der Hash eben von dem Block vorher. Und hier sieht man, von wem der gemeint wurde. Also Ethermine ist ein sogenanntes Mining-Pool, im Zusammenschluss von Rechnern, die eben sagen, wir teilen uns diese Mining-Aufgabe. Hier sieht man die Schwierigkeit der Berechnung. Also diese Nons, das ist dieses Rätsel, was gelöst werden muss. Also man hat den Hash aller Transaktionen und man muss eben dann hier diese Nons, die muss man eben immer wieder schätzen, muss sagen, hier, ich habe eine Nons. Und da muss man gucken, okay, erreiche ich den Ziel-Hash oder erreiche ich ihn nicht. Und das muss man eben immer wieder ausprobieren. Das ist sehr rechenintensiv, weil irgendwann kommt man eben drauf. Und wie schwierig das ist, wird eben hier festgelegt. Hier sieht man die Größe des Blocks, 27 Megabyte. Und hier steht eben, wie viel Gas dort verbraucht worden ist. Also das Gas ist das, ist die kleinste Einheit von Ether, richtig? Nicht so ganz, also Gas bestimmt im Prinzip, also Gas wird benutzt, um festzulegen, wie viele Transaktionen oder welche Schwierigkeit, welche Größe diese Transaktionen haben können, die in einen Block passen. Also wir haben einen Block Gas Limit. Gas kann man sich tatsächlich wie Benzin-Gas vorstellen. Das heißt, ich möchte eine Transaktion ausführen. Wenn das ein ganz normaler Geldtransfer ist, kostet das X-Gas. Wenn ich aber Funktionscode aufrufe, hängt es davon ab, wie komplex der Funktionscode ist, was er macht, speichert er Daten, führt er nur was aus. Und da gibt es eine feste Regel. Gewisse Operationen kosten eine gewisse Menge an Gas. Und genau, für Gas muss man ETH bezahlen. Das heißt, man kauft sich dieses Gas mit Gas, Gas mit ETH. Mit ETH. Und was man da im Prinzip sieht, ist einfach, wie viel Gas ist in den akkumulierten Transaktionen in diesem einen Block. Macht das Sinn? Ist das nachvollziehbar? Okay. Mit dem Gas, das ist tatsächlich ganz spannend. Also ich glaube, es fühlt sich so ein bisschen an wie Assembler-Programmieren, weil man muss eben immer schauen, wie teuer ist denn mein Programm-Code. Auch wenn ich irgendwelche Variablen speichere, dann muss ich dafür auch wieder Gas bezahlen. Und ja, das ist ganz spannend. Und hier sieht man dann eben auch noch den Block Reward. Das heißt, das ist die Anzahl an ETH. Drei ETH ist heute nicht so viel wert. Der Preis ist ziemlich am sinken. Die der Miner im Prinzip dafür bekommen hat, um diesen Block zu minen. Gibt es noch etwas Wichtiges darin? Jetzt muss ich mal gucken, wo wir sind. Da sind wir und hier sind wir. Dann setze ich mich wieder. Bin ich noch drauf? Ja. Gut. Ja, wir sind jetzt im Prinzip da bei Ethereum. Also wir sind schon vorher ein bisschen eingestiegen. Was ist das? Wo kommt das her? Ende 2013 hat der Vitalik Buterin das White Paper für Ethereum geschrieben. Also er hat gesagt, so und so sollte Ethereum aussehen und funktionieren. Also was im Prinzip so ein Konzeptpapier ist. Und ja, nachdem er sich zum Beispiel Bitcoin angeschaut hat und eben auch andere Blockchain-Technologien. Er hat sich überlegt, ist ja sehr jung. Es wäre doch cool, wenn man so einen Weltcomputer eben baut. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der Vitalik Buterin mittlerweile? 25 oder so? Anfünfte, 20. Also ganz junger, unscheinbarer, aber sehr cleverer und insbesondere auch kommunikativer, visionärer Geist. Und ja, mittlerweile entwickelt oder auch damals schon, 2014 wurde damit angefangen, die Ethereum Foundation, eben das Ethereum-Ökosystem, die Ethereum-Clients, die Messaging, die Spezifikationen. Und Ethereum wurde im August 2015, wurde das gestartet. Also ich glaube, zwei unserer Entwickler waren, nee, drei unserer Entwickler waren da mit dabei. Da war der Lefteris, der Heiko, der Konrad, vier, wer noch? Ulo. Ulo auch noch, genau. Also Ralf, fünf. Ja, also einige unserer Entwickler waren da beteiligt. Drei mit vollem Blut und zwei so. Zwei so, ja. Also es waren wirklich, da gibt es so ein Foto vom Launch, das waren vielleicht 20 bis 30 Leute. Also waren nicht so viel, waren eben am Anfang schon mit dabei. Und ja, man konnte ja damals noch gar nicht absehen, wie erfolgreich das wird. Also man sagte auch so, Ethereum ist Blockchain 2.0, also Weiterentwicklung von Bitcoin und anderen Ideen. Der Unterschied zu Bitcoin ist eben, ich habe dort diese Smart Contracts, die installiert werden können. Ja, also Smart Contracts ist im Prinzip Programmier-Code, man nennt das eben Smart Contract. Und das ist eben auch Turing-Complete, also ich kann dort Schleifen machen, Vorschleifen, Wildschleifen, If-Then-Else. Und das ist ein großer Unterschied zu Bitcoin, weil Bitcoin hat nur so eine Skript-Sprache, die relativ limitiert ist. Ungefähr 14 Sekunden Block-Time aktuell. Die Kryptowährung, die dahinter hängt, ist Ether. Aber es gibt eben bei Ethereum gibt es auch Token. Das heißt, bei Bitcoin habe ich ja wirklich nur Bitcoin. Aber bei Ethereum habe ich eben auch, wenn ich ein spezielles Programm, eine sogenannte Depp, entwickle, dann kann ich eben auch einen Token, den man eben braucht, um meine App benutzen zu können, kann ich eben auch auf der Blockchain publizieren. Und diese Token haben eben auch einen Wert. Also das Raiden-Network, was wir entwickeln, da gibt es eben auch den sogenannten Raiden-Token und der ist eben auch an der Börse handelbar. Und diesen Raiden-Token kann man dann eben auch benutzen, um dieses Netzwerk zu benutzen. Ich bin irgendwie wieder offline, gell? Aber ich glaube, ich war es nicht. Und also Proof-of-Work heißt im Prinzip, dass dieser Mining-Algorithmus, also das heißt, man muss diese Nons schätzen, das heißt, ich muss sehr viel Rechenkraft investieren und damit wird die Blockchain im Prinzip abgesichert, weil jeder, der irgendwie die Blockchain fälschen wollte, müsste eben sehr, sehr viel Rechenkraft, das heißt Energie und Investitionen, eben da reinstecken, um die Blockchain zu fälschen. Das heißt, das macht niemand. Das heißt, mit diesem Proof-of-Work wird die ganze Sicherheit des Netzwerkes abgesichert. Und zur Code-Ausführung gibt es dort eben die sogenannte Ethereum Virtual Machine. Also da wird Byte-Code ausgeführt. Also es ist tatsächlich so, wenn man da reinschaut, also man, ich habe ja keinen Assembler entwickelt, aber ich glaube, manchmal fühlt man sich ziemlich weit zurückversetzt, was die Programmierung angeht, weil man wirklich teilweise mit diesem Byte-Code zu tun hat und dann auch ausrechnen muss, wie viel Platz habe ich da in so einer Funktion, um da wirklich was zu übergeben. Und EVM ist eben diese Laufzeitumgebung für den Byte-Code. Eben sehr ähnlich. Oder das kann man sich so vorstellen wie die Java Virtual Machine auch. Und in dieser EVM kann man eben Untrusted Code laufen lassen. Das heißt, jeder kann, wenn er eben entsprechend in Gas bezahlt, dort für die EVM das Programm installieren. Und dieses Programm, wenn ich das Programm installiere, wenn ich das deploye, wird das eben auf alle anderen Nodes auch verteilt und läuft eben. Deswegen dieses Unstoppable. Einmal deployed, dann läuft das. Dann kann das über eine Adresse immer wieder angesprochen werden. Es sei denn, jemand bezahlt Gas dafür. Also er muss immer, damit dieses Programm, damit es deployed wird, muss man Gas bezahlen, aber auch, damit dieses Programm ausgeführt wird, muss man Gas bezahlen. Die Ethereum Virtual Machine schafft auch dadurch Sicherheit, dass man im Prinzip innerhalb dieser Virtual Machine nur Zugriff auf seine eigenen Funktionen hat, also nur auf den eigenen Programmcode. Und ich kann eben immer wieder über einen Funktionsaufruf auch mit anderen Smart Contracts eben interagieren. Und die Code-Ausführung ist voll deterministisch. Das heißt, wenn die einmal auf dem einen Rechner läuft, dann läuft die auch genauso auf dem anderen Rechner nachvollziehbar. Gibt es da noch was zu sagen, was ich vergessen habe, was wichtig ist, Olli? Nein. Genau, jetzt kommen wir, was ist ein Smart Contract, fragt man sich so. Also das war eigentlich so, am Anfang habe ich immer gedacht, was ist denn ein Smart Contract? Also man denkt immer so, was ist denn das? Ja, es ist eigentlich einfach nur Programmcode, also der eben dort läuft, ist sehr an JavaScript angelehnt. Trotzdem muss man eben lernen, damit umzugehen. Und das ist eben so, Smart Contract kann einmal von außen angestoßen werden. Also jeder Smart Contract, der dort, also jedes Programm, was installiert ist, wird eben über eine Adresse angesprochen und es können eben Funktionsparameter mit übergeben werden. Und der Smart Contract kann aber auch von Ereignissen angestoßen werden, richtig? Das heißt, zu einer bestimmten Uhrzeit kann es laufen. So nicht. So nicht. Von anderen Smart Contracts kann er immer angestoßen werden. Genau. Gibt dann auch so Oracle, das heißt, die dann irgendwie die Verbindung zur Außenwelt herstellen. Irgendwie, also ich sage mal, wenn ich auf dem Smart Contract zum Beispiel speichere, dass jemand ein Grundstück gehört, dann kann ich das im Smart Contract speichern. Aber irgendjemand muss ja auch sagen, dass das Grundstück in der Realität auch wirklich einem Menschen gehört. Also soweit automatisiert ist es noch nicht. So was macht man über Oracle. Mach ruhig mit. Ich brauche dich da, wenn es da noch Details gibt, die ich nachher erwähnen kann. Im Prinzip passt es schon. Ja. Okay. Gut. Also wie gesagt, jeder kann darauf zugreifen. Und wiederum, die Smart Contracts untereinander können auch wieder andere Funktionen aufrufen. Also da gibt es doch durchaus schon komplexe Interaktionen zwischen diesen verschiedenen Smart Contracts. und der Aufruf, wenn man sich jetzt das auch so Programmiersprachen sieht, wie rufe ich denn so ein Smart Contract auf, dann mache ich das über das Web3-Interface. Das ist so eine JSON-RPC und da gibt es Libraries für bekannte Programmiersprachen, Java, Python, JavaScript. Und ja, mit denen kann ich eben mit den Smart Contracts dann auch interagieren und kann eben ein Programm schreiben, was dann eben im Browser läuft, was auf dem Handy läuft, was auf dem Server läuft und eben mit so einem Smart Contract interagiert. Gut. Gibt es was zu ergänzen? Nein? Gut. Wie sieht denn das konkret aus? Da hilft uns auch wieder EtherScan. Ah. Gut. Das ist jetzt ein sogenannter Token. Also es ist ein Token-Explorer. Das heißt, ein spezieller Smart Contract, also es gibt eben auch so Standards und ein Token ist eben ein spezieller Standard eines Smart Contracts, der eben bestimmte Funktionsaufrufe hat, die vorgegeben sind. Und hier, das ist eben schon eine Auswertung. Also hier sieht man den aktuellen Preis. Der ist auch nicht so gut. Also da wird dann im Prinzip wieder an der Börse gehandelt wird. Hier sieht man, es gibt eben ungefähr 14.000 Adressen, die diesen Token halten. Das heißt, das ist dann in dem Smart Contract verknüpft. Die und die öffentliche Adresse besitzt eben so und so viel Token. Jetzt können das eben 14.000 Personen sein, aber ich kann auch irgendwie, ich persönlich könnte jetzt auch drei Adressen haben. Also man weiß jetzt nicht genau, wie viele Individuen dahinter stecken. hier sieht man auch die Transfers, wie viele Transfers gibt es da. Hier sieht man diese Contract-Adresse, eben hier ganz genau, wie man den eben aufrufen kann. Wenn ich dann nach unten scrolle, wo bin ich? Ah, ich bin hier. Dann sehe ich eben hier die ganzen Transaktionen. Die Transaktion, damit die genau identifiziert werden kann, hat wieder ein Hash. und da sieht man eben von dieser Adresse wurden an dieser Adresse, also ich habe dem Oliver vor dem Meetup eben hier 4.361,3 Tokens eben übertragen. Ne, stimmt nicht. Aber ja, so kann man das im Prinzip, also da sieht man, dass eben alles transparent ist in der Blockchain, aber eben pseudonym, weil ich weiß eben, wer hinter dieser Adresse steckt. Und ich kann jetzt auch hier wieder reingehen, kann gucken, okay, was hat denn diese Adresse hier für Transaktionen gemacht? Da sieht man jetzt ganz viele verschiedene Transaktionen durchgeführt. und hier kann ich jetzt theoretisch den Vertrag auch abfragen. Olli, sag doch nochmal genauer was dazu. Ja, genau. Also es gibt es gibt zwei Arten mit Smart Contracts immer noch auf Newt, spreche ich nicht. Doch, jetzt. Entschuldigung. Also es gibt zwei Arten, wie man mit Smart Contracts im Prinzip interagieren kann. Die eine Art ist, was Sie hier sehen, Read Contract. Das heißt, das sind Informationen, die sind auf der Blockchain, die kann ich aus der Blockchain entnehmen. zum Beispiel den Namen, wie viele Token gibt es oder auch gewisse eher fast Funktionen. Im Prinzip, ich kann abfragen, welche Adresse hält wie viele Tokens. Auf der anderen Seite gibt es die Art von Interaktion, bei der ich wirklich auf der Chain mit dem Smart Contract interagiere. Das heißt, ich kann hier, wir sehen die Funktionen, die es gibt. Approve, Transfer from, Burn, Transfer. Also ich könnte tatsächlich hier schon an eine Adresse einen gewissen Betrag schicken. Das Ganze muss ich natürlich verbinden mit meinem Ethereum-Client. Stehe hier oben, in dem Fall Metamask. Aber es ist interessant zu wissen, dass im Prinzip ein Smart Contract, mit dem kann ich aktiv interagieren, über eine Transaktion auf der Ethereum-Chain und ich kann auch einfach Daten auslesen, die auf der Blockchain schon vorhanden sind. Ich würde sagen, im Prinzip, das war es zum Token. Ja. Danke. Ups. Habt ihr Fragen dazu? Keine. Bitte. Genau. Ja, jetzt hat die Blockchain eben verschiedene Probleme, sind schon aufgetreten. Skalierbarkeit, Privacy, Privatheit und Benutzbarkeit. Jetzt im Moment über das eine Problem, was wir im Moment haben, diese Spekulation, die es auch mit Kryptowährungen gab, tritt auch noch, also merkt man jetzt, dass das jetzt durchaus ein Problem ist. Also wir benutzen bei Ethereum ja wirklich den Ether, also es ist halt ein ganz wichtiger Funktionsbaustein, um eben wirklich für die Programmausführung und fürs Mining bezahlen zu können. Aber trotzdem war es eben so, dass es gerade im letzten Jahr oder auch in diesem Jahr sehr viel Spekulationen gab, was Ethereum angeht. Wer kennt Crypto-Kitties? Wer hat das schon mal gehört? Achtung, der Olli kennt es auch. Ja, also im Prinzip konnte man dabei, das war so eine Depp, also so genannte Depp, da gab es Smart Contracts und es gab eine App, die mit diesen Smart Contracts interagiert hat. Also man konnte dort Katzen kaufen nach speziellen Kriterien und konnte die auch paaren und dann gab es eben Katzen mit ganz besonderen Merkmalen, Ausprägungen und wenn die dann ganz selten waren, dann wurden die ganz teuer und wurden auch sehr, sehr teuer verkauft. Ich glaube, einzelne Katzen für ein paar hunderttausend US-Dollar, oder? Wie viel war das? Einige hundert Is, ja. Ja. Was auch immer der Gegenwert war. Ja, also richtig, richtig teuer. Das hatte so Anfang 2018 so 1,5 Millionen Benutzer und insgesamt waren da sogar 20 Millionen US-Dollar drin. 11 Prozent aller Transaktionen in Ethereum haben im Prinzip nur von, ging auf Kosten dieses Crypto-Kitties-Programms und man hat da eben dann gemerkt, dass generell die Blockchain schon darunter leidet. Also es haben dann immer mehr Transaktionen gewartet, dass die gemeint werden sollten, also verarbeitet oder berechnet werden sollten. der sogenannte Gas-Price, also das, was ich für Gas bezahlen muss, ist eben stark gestiegen und damit auch die Dauer der Abarbeitung und ja, es war eben nur ein Spiel und wenn man irgendwie sagt, okay, die Blockchain soll irgendwann mal die Finanzindustrie ablösen, dann hat man da schon gemerkt, okay, so ein kleines Spiel bringt das schon an seine Grenzen und ich habe eben Probleme mit der Skalierung. außerdem ist es so, dass so eine Transaktion wirklich dauert und sie dauert halt wirklich. Ich dachte am Anfang auch so, ah ja, die dauert halt lang, aber wenn man dann das erste Mal so eine Transaktion ausführt und darauf klickt und dann sieht, oh, das wartet und wartet, es ist wirklich ewig lang, man kommt sich in Zeiten vom C64 irgendwie zurück versetzt vor, ja, also mit so einer Sekunde oder zwei, da können wir im Zeitalter des Internets noch leben, bis wirklich eine Antwort kommt vom Programm, aber zehn Sekunden ist ganz klar zu lang und dann muss man, also das Thema haben wir bei unserem eigenen Programm im Moment, man muss dann auch immer noch warten, bis dann eine Transaktion wirklich auch so 100% bestätigt ist, also das dauert dann auch immer noch seine Zeit. Ja, und es ist eben teuer, also nur Kryptomillionäre können zehn Dollar Gas bezahlen, also Vieh bezahlen, um sich eben eine Tasse Kaffee zu kaufen, also Paypal ist schon teuer, aber es gab Zeiten, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, wir haben gesagt, irgendwie heute ist es relativ günstig, heute ist es sehr viel besser, ja. Man kann es sogar nachschauen hier, East Gas Station, da kann man sehen, okay, hier oben, wo bin ich, ah hier, okay, das sind so die Standardkosten für einen Transfer, also relativ günstig, war mal viel, viel teurer, gell? Ja, wie gesagt, zu Peak-Zeiten, das waren bei Bitcoin ungefähr zehn Dollar, bei Ethereum war es zum Glück nicht so schlimm, aber auch, ja, und da sieht man eben auch hier unten, hier, wenn ich eben, also wenn ich langsam bin, also wenn es kleiner 30 Minuten sein soll, dass so eine Transaktion durchgeht, dann ist es eben günstiger, als wenn sie eben sehr schnell sein soll und schnell ist hier kleiner als zwei Minuten, also es dauert schon, also das ist ein echtes Skalierungsproblem. So, jetzt muss ich wieder schauen, wo ich bin. Genau, dann eben Privacy, die Daten sind halt eben immer öffentlich und ja, also wir haben jetzt hier diese Probleme, okay, wir haben Skalierung, dazu kommen auch Latenz, was wir gesagt haben, ist langsam, Kosten, wie ausdrucksfähig sind eben ist diese Programmiersprache dahinter und wie privat. Hier gibt es eben verschiedene Skalierungslösungen, also Ethereum ist ganz oben, wir sehen, okay, das ist halt alles schlecht, Privatheit, Kosten, Skalierbarkeit, Latenz, aber ich kann mich halt sehr gut ausdrücken, ich kann richtig programmieren da drin. Dann gibt es das Raiden Network, das ist das Zahlungsnetzwerk, auf das ich gleich noch komme, was wir entwickeln, Latenz ist gut, Skalierbarkeit, Kosten, ich kann mich aber nicht so ausdrucken und es ist auch nur so halb privat und das Lightning Network ist dieses Zahlungsnetzwerk für Bitcoin, Ethereum with Sharding, also Sharding ist im Moment so eine Technologie, die in Entwicklung ist, in der Konzeptphase, wo ich das ganze P2P-Netzwerk habe und dann aber noch da so nochmal ein kleineres Netzwerk nochmal dran docke, was im Prinzip dann nur nicht wieder weg, nicht? Okay, dann mit der Mainchain eben kommuniziert, es gibt noch Multi-Chains, Cosmos, Side-Chains, Plasma, Jupit und dann hier Z-Cache, da ist der Olli Spezialist, was eben ganz klar hier auf Privatheit geht, also es gibt da wirklich Lösungen, wo man so Programmcode ausführen kann, Daten speichern kann und das aber, das alles öffentlich ist, aber trotzdem verschlüsselt ist, also ich kann quasi verschlüsselte Daten miteinander verrechnen und abspeichern und das ist dann im Prinzip wie ein öffentlicher Tresor für meine Daten. Genau, jetzt komme ich auf das Raiden Network, also Raiden Network als Konzept hat der Heiko das, war glaube ich Ende 2016 oder 2000, ich glaube schon 2015 habe ich schon darüber gesprochen, ist im Prinzip eine Möglichkeit, wie man sich sehr schnell Kryptowährungen oder Tokens übertragen kann, überweisen kann. also das ist im Prinzip wie wenn ich so einen Bierdeckel habe und lasse mir da mal das Bier drauf anschreiben und irgendwann muss ich halt zum Wirt gehen und muss sagen, okay hier, ich habe 10 Bier, die möchte ich jetzt gerne bezahlen. Beim Raiden Network ist das ein bisschen anders, also hier sieht man die Blockchain, also das soll die Blockchain darstellen und hier ist dann ein sogenannter Zahlungskanal, also hier der Channel und ich kann jetzt zum Beispiel zwischen dem Olli und mir kann ich einen Zahlungskanal aufmachen und ich kann dafür 10 Tokens oder auch 10 Ether eben reservieren, die sind dann wie abgehoben, also es ist wie wenn ich zur Bank gehe und 50 Euro abhebe, nur dass ich eben diese 50 Euro nur zwischen dem Olli und mir austauschen kann und jetzt können wir uns eben beliebig diese 10 Tokens hier hin und her schieben, ohne dass hier irgendwas passieren muss. Aber trotzdem ist es so, dass dieser Zahlungskanal über die Blockchain abgesichert ist. Also wir haben wie gesagt, wir haben unseren Bierdeckel, wir machen einmal Striche drauf und der Olli hat einen Bierdeckel mit 9 Strichen, ich habe einen Bierdeckel mit 9 Strichen und jetzt kann ich sagen, okay, 9 Striche, ich will hier meine Tokens haben von der Blockchain, ich reiche meinen Bierdeckel ein und dann reicht der Olli seinen Bierdeckel auch ein, auch 9, dann ist alles klar, dann gehen wir auseinander, dann haben wir unser finales Guthaben haben wir wieder auf der Blockchain. Wenn ich jetzt einen mit 9 einreiche und der stimmt aber nicht, weil der Olli, der Fuchs, der hat einfach seinen mit 6 will er einreichen und dann kann ich das, kann das dann challengen, kann sagen, hey, hier, pass mal auf, wir waren aber schon bei 9 Bier und das akzeptiert dann die Blockchain. Also das ist auch wieder so ein kryptografischer Mechanismus und dann bekomme ich eben meine 9 vom Olli und der Olli hat Pech gehabt, er muss jemand anderen bescheißen. Aber eine Sache ist halt, also im Moment auch in der jetzigen Ausbaustufe, ich muss im Prinzip immer die Blockchain beobachten und muss gucken, ob mich der Olli bescheißt oder nicht. Und das Ganze kann ich nicht nur bidirektional machen, sondern das Spannende ist, ich kann das Ganze in einem Netzwerk machen. Also das heißt, ich kann jetzt auch über den Olli jemanden von euch bezahlen, wenn ihr einen Zahlungskanal mit dem Olli macht. Also ich brauche nur einen mit dem Olli und der Olli braucht nur einen mit jemandem von euch und dann kann ich über den Olli kann ich im Prinzip diese Tokens bezahlen und das ist alles ohne Mittelsmann. Also das muss man sich erstmal so vorstellen, normalerweise in der echten Welt kann ich das ja immer nur machen, wenn ich das irgendwie über eine Bank mache, der ich vertraue. Aber wir können das hier auf der Blockchain, diese Zahlung im Prinzip machen, ohne dass wir jemandem vertrauen müssen, weil die Blockchain sichert uns ab. Ich mache einmal diesen Zahlungskanal, wir können Tokens austauschen und es ist immer abgesichert durch alle Rechner, die die Blockchain darstellen. Und ich brauche gar keinen Mittelsmann, also ich brauche keinen Visa, ich brauche keine Bank, ich brauche keinen Zwift, sondern das funktioniert einfach. Also das ist schon spannend. Ja, also wer dann noch ein bisschen weiterlesen will, also ich habe hier mal die Links, verteilt ihr die Folien nachher? Genau, also ich habe hier mal die Links, da gibt es auch schöne Videos, wie das dann auch nochmal exakt funktioniert. Also RAID Network Website, da sind ein paar Videos drauf. Und hier, also wer das tatsächlich mal ausprobieren möchte, das ist mittlerweile, geht das wirklich? Also man muss sich mal damit beschäftigen, was ich ein bisschen komplizierter fand, ist so ein Ethereum-Client zu installieren. Aber man kann auch hier dieses Infura benutzen. Infura ist im Prinzip ein Ethereum-Client in der Cloud, also ich muss dann keinen selbst mehr laufen lassen, sondern kann den einfach benutzen. dann installiert man hier noch den RAIDN-Client und genau hier die Binary für Linux. Und dann kann man RAIDN starten, also hier, relativ einfach. Und dann haben wir so ein schönes Web-UI, also was dann da läuft. und dann kann man sich schon Zahlungen hin und her schicken. Das kann man auch sehen. Wie sieht denn das aus? Also das hier ist jetzt zum Beispiel so ein Testnetzwerk. Coven ist, also es gibt so das Mainnet, wo, sage ich mal, mit echtem Geld gehandelt wird. und es gibt aber auch so ein Testnetzwerk, das ist in dem Fall hier Coven. Da sieht man eben, okay, genau, das hier ist jetzt East Singapore, das ist das, was aktuell benutzt wird. Ich gucke mal. Ah ja, genau, hier gab es mehr. Ja, hier den DEFCON 4 Testtoken. Und da sieht man dann eben hier, wie so ein Zahlungsnetzwerk dann aussieht und wie viele Channels da jeder hat. Da hat jemand sehr viele Channels und da kann man dann eben diese Zahlungen überweisen. Das aktualisiert sich hier im Hintergrund immer, liest das aktuell immer von der Blockchain aus. Und ja, vielleicht machen wir auch mal so ein Hackathon hier oder einen Workshop. Gucken wir gerade als Idee. Genau. So, jetzt da. Genau, das war das RAIN Network. Und hier ist eine schöne Sammlung von Olli. Willst du mal kurz vorstellen, wenn jetzt jemand anfangen möchte, sich mit Ethereum zu beschäftigen, technisch? Wir sind ja auf dem Tag Talk. Okay, dann machen wir es ganz kurz. Also im Prinzip, das ist einfach eine GitHub Landingpage mit einer Liste von allen möglichen, das kommt man schon runter, allen möglichen hilfreichen Tools und Webseiten mit Informationen, mit Tutorials, mit Einleitungen oder halt auch einfach Spiele. Capture, die Ether ist im Prinzip, man lernt, wie man mit Smart Contracts interagiert und muss Smart Contracts in Anführungszeichen hacken. Also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigen will, ich habe ein paar Sachen fett markiert, das sind so meiner Meinung nach die besten Einstiegspunkte. Krypto-Zombies ist super, um Smart Contracts programmieren zu lernen. Ich habe ein bisschen wenig markiert, aber wenn jemand Interesse hat, das ist im Prinzip eine sehr hilfreiche Sammlung von Links, um einen Einstieg zu finden. Ja, damit sind wir schon durch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.